Das ist der größte Fortschritt in der modernen Physik seit Spaltung des Atoms. Ein seltenes Metall. Es verhält sich höchst instabil. Aus diesem Metall bestehen sie. Hier rüber. Noch ein Stück. So ein Truck habt ihr noch nie gesehen. Dad, du kannst nicht ständig Geld für Schrott ausgeben. Ich glaube, das ist gar kein Truck. Ich glaube, das ist ein Transformer. Dad! Ich frage sie das nur einmal. Wo ist Optimus Prime? Nach allem, was wir für sie getan haben, machen die Menschen nun Jagd auf uns. Aber ich fürchte, jetzt sind wir alle im Visier. Was ist das? Wer hat dich geschickt? Hilf mir! Hilf mir! Das ist kein Krieg. Das ist der Untergang der Menschheit. Wie viele von unserer Art müssen noch geopfert werden? Du musst uns vertrauen, Prime. Vielleicht nicht darauf, wer wir sind. Aber darauf, wer wir sein können. Ich lasse meinen Dad nicht im Stich. Wir brauchen eine neue Armee. Wir brauchen eine neue Armee. Kann ich nicht relieved? Lege 3 Untertitelung des ZDF, 2020